Das ist Modino Priamos, das neue Installationsprogramm mit Charakter. Modino Priamos überzeugt durch sein modernes und innovatives Design und fügt sich hervorragend in vorhandene wie neue Wohnlandschaften ein. Die sich nach hinten verjüngende Kontur verleiht dem gesamten Schalterprogramm eine Leichtigkeit und Eleganz, die ihresgleichen sucht. Wechselbare, farbige Designprofile erschaffen eine ganz persönliche, einzigartige Optik. Zudem sorgt die patentierte Steckhosenanordnung für eine problemlose Benutzung. Die durchdachten Bausteine lassen sich kinderleicht montieren. Eine Vielzahl nützlicher Funktionen, ein umfassendes Sortiment sowie die vielfältigen Kombinationen lassen keine Wünsche offen. So belebt Modino Priamos den Elektroinstallationsmarkt und setzt innovative Akzente. Interessiert? Kontaktieren Sie unsere Verkaufsberatung. Wir freuen uns auf Sie!